so die Leute jetzt willkommen hier zu Pro Club mit dem Buddy Hallo mit dem Fabi hier heute in FIFA 16 die Prozent wollen wir gleich ein Spiegel wir haben auf jeden Fall Gladbach genommen damit die Farbe nerven kann und ich schreibe mir böse Ausdrücke Werbung mit wo der Kaspobilius ging es so jetzt geht es los meine Freunde gegen FG hätte gesagt Guck ist die die nur wichtig ich bin weil ich kann dann dicht auf die Schiffe schickt mich ja ja komm nein ich wollte an ihm vorbeilaufen aber ich habe vergessen dass der Kipper ja keine gerade Linie mehr läuft hier Fabi weil er nicht mehr was er würde ich eher er hat sie ich schießen ja auch das durch die Reaktion normalen müssen vorgelegt ja also macht der kann rot geben wenn das durch die die Welt so gibt es auch das passt gut warum hast du rot geholt ja aber die macht das ding einmal bin ich weg dann neu aber mindestens das halbe tor geht auf buddy nicht ganz hin ich muss mich auch durchsetzen schickt mich schickt mich doch placht noch mal Fabi nichts passiert Juli und er stellen um auf und zweier Sturm bei die und ich so habe hier wo im Rücken ja ich bin Käpt'n mit ihm ich gleich schießt bei die willst du schießen also nicht also ich muss ich muss war wie wir in Fabi ich gehe wieder in Zom damit ich wieder gute Freiflusswerte haben auch das yes um ist Jonas weg wir werden wir Fabi ich habe den Freistoß rausgeholt Fabi hat ihn verwandelt Elva äh Elva so Formation ist geändert oh okay nicht Abwehrriegel nur Defensiv oh Alter was 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 ich gehe vor ich gehe vor auch so weiter und schon werde die rote Rote Karte holst du noch es bleibt ich dachte ich schlafe das ist schon bald gespielt es gibt doch nichts ja bald gespielt das muss man ihn lassen ich gehe im Abseits Fabi Fabi schickt mich ich bin ich meiner Ball aber wenn dann machen wir doch nur ein Spiel weil das ist ja jetzt das ist das das ist ja jetzt genug Konzente ja und es ist gut was machen die ich gehe schon mal nach vorne Fabi ja ja oh man Mann Mann oh Alter war so auch noch mal trug ob es sich verbringt naja mit dem mit dem mit dem mit dem um gute Parade Leriener ist Leriener Ehring das dann sofort habe ich bezüglich kommst und da wurde es nicht anfordern auch 1 die Chance er ist noch der Korte geschlagen ja habe ich noch mal schnell immer das war das da ist der Sieg zu Ende und ja wir bedanken uns fürs Zuschauen wir sehen uns bei dem nächsten Video bis dann und das hier fängt eine Schuss des ja nach Vielen Dank.